Applaus Wie schreibt man die Dudel? Wie man es spricht. Die Dudel Hollera, die Dadel Do Hollera, die Dadel Do Dudel Hollera, die Dadel Do Hollera, die Dadel Do Hollera, die Dadel Do Hollera, die Du Dödel, die Die, die, die Dödel, du Die, die, die Dödel, du So, das soll genügen. Wir wollen nun versuchen die bisher erarbeiteten Grundmotive des Erzherzogs Johann Jodlas frei vorzutragen. Bitte Frau Dr. Dudermann Hollera, die Die Dudel Dudel Jö Jö Frau von Hollera, die Dadel Do Danke. Frau Hoppenstedt Hollera, die Hollera, die Hollera, die Hollera, die Die Dudel Du Dödel Du Dödel Im ganzen Satz Hollera, die Du Dödel Du Dödel Dö ist doch die zweite Struktur bei Sonnenaufgang. Hollera, die Dadel Do Du Dödel Dö Hollera, die Hollera, die Du Dödel Dö Du Dödel Ja, danke Jetzt bitte alle zusammen Hollera, die Du Dödel di Diri, Diri Du Dödel Dö Danke, das sollten wir für heute Wir sehen uns wieder auf dem Zulaufsaube 530. Bis dahin auf Wiedersehen. Guten Tag, ich komme von Radio Bremen. Würden Sie wohl so freundlich sein und würde unser Braun-Journal ganz kurz ein paar Fragen beantworten? Herr Dr. Vogler, wie erklären Sie sich den ständig wachsenden Zulauf Ihres Institutes? Ja, da haben Sie ganz recht. Ich habe das Vogler-Institut, das Institut für Modernes Jodeln, persönlich ins Leben berufen. Das Jodeln, also das Diplom-Jodeln, das Jodeln mit Jodeln-Diplom, also mit Jodeln-Abschluss, mit Jodeln-Diplom-Abschluss, unterscheidet sich von Jodeln ohne Jodeln-Diplom. Das Diplom-Jodeln ist also nicht zu vergleichen mit dem normalen Jodeln ohne Jodeln-Diplom, also ohne Jodeln-Abschluss, mit Jodeln-Diplom-Abschluss. Frau Prof. Wüste, was hat Sie als Frau veranlassen, in eine Jodelschule einzutreten? Frau Prof. Also da regt mich eine Frage schon auf. Was heißt denn hier Sie als Frau? Eine Berufsausbildung ist doch nicht grundsätzlich von Männern gepacktet. Frau Prof. Ich finde, gerade eine Hauskundenfamilie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Da bin ich immer mal aus dem Haus oder es passiert irgendwas, dann habe ich nach zwei Jahren Jodelschule mein Jodeln-Diplom. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe. Da habe ich mein eigenes. Da habe ich mein Jodeln-Diplom. Auch ich als Frau möchte einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und nicht nur am Kopftopf stehen und mein Mann die Hausschulen zu ertragen. Seht ihr gerne das genauso? Mein Mann möchte eine echte Partnerin haben, die ihre eigenen geistigen Fähigkeiten dazu gibt. Für die Familie, für die Gesellschaft. Für eurer Riegen. Döde-Doh. Döde-Dig. Da ist mein Mann. Herr Schmoller. Frau Schicht. Angenehm. Sie Jodeln mit meiner Frau? Nein, ich bin von der Radiologie. Ach, meine Frau Jodeln beruflich. Herr Schmoller hat gerade in der Bibliothek. Sie studiert Jodeln an der Fachstube Jodeln. Ich habe gerade in der Bibliothek. Und macht dann in zwei Jahren Jodeln-Diplom. Das habe ich eh gehört. Eine Frau sollte sozusagen eine abgeschlossene Ausbildung haben und auf eigenen Füßen stehen. Ja, das habe ich gehört. Man braucht als Mann eine Partner, eine Frau mit eigenem Leben zu haben. Ja, ich bin arm. Sie muss ihre persönlichen Fähigkeiten entwickeln, damit sie was eigenes hat. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann hat sie ihre Jodeln-Diplom. Dann hat sie was eigenes. Ja, danke. Also. Die tun immer so, als müssten sie alles. Sie können das doch eben schon. Und du sollst mich vor allem gar nicht unterfängen, wenn ich jemandem etwas Wichtiges mitzusehen habe. Vielen Dank. Vielen Dank.